Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute holen wir uns zusammen den Schwarzlöten Tronschlüssel, den du dir einmal wöchentlich holen kannst. Hierfür erstellst du dir einen Krieger, kannst ihn individuell anpassen und wählst dann die drei Eigenschaften für die persönliche Geschichte, die ich dir zeige. Danach vergibst du einen Namen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und es kann losgehen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und es ist mir sehr, 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 sehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020